10 Minuten Okay, okay Image, ja, nein, kann man nicht Ja, ja, man kann nicht hören So Welche? Okay Einhärtig Heute exposen wir lecker Eistee So Gratis wie wachs? Chaos Wie jemand gratis wie wachs? Nö Nö, ist gratis Gratis wie wachs Was für deine FNP? Die gehören mit deinen FIBOX Arrigatou prosaimas Das sieht auch schon ein bisschen schwul aus Und jetzt andere Oh Thomas Thomas Schmid, wir gehen jetzt Welchen Weg aber Okay Jetzt weiß es aber nicht wo der Raumflächerraum ist Da ist er nicht Drei Halt 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 Geh, 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 Geh! Also, ich hab mich die Runde absolut scheiße gefühlt, ich hab absolut nichts hinbekommen. Der Hund ist asozial, sagt, er will helfen und beißt. Ich führe sie, äh, kommen sie her, ja, na klar, ja, manchmal verkacke ich. Kompetenz frei, zuerst die Cornfläche, oder zuerst die Milch? Ähm, ja. Okay. Nur 10 Spieler! Äh, doch, ja. Wo sind wir hin? Äh, es wird jetzt richtig... Wir sind 10, wow! Du bist ein asozialer Hund, du sagst mir, du willst helfen und beißt mich, ja, genau! Halt mal! Erhalt mal! Erhalt dich von deiner Füße von vorne frei! Erhalt dich von deiner Füße von vorne frei! Wollen wir ein bisschen rumphilosophieren? Okay, irgendwo hin? Oh! Let's grab a pistol! Erhalt dich von vorne frei! Soll ich dir mal was verraten, Klass, D? Ich hab's nicht da, aber rennt! D? 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ich habe mich rein, bitte. Äh, nein. Äh, nein. Äh, nein. Ja, das ist ein Raubtier. 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 Ja. Ja, das ist ein Raubtier. Ja. Ja, das ist ein Raubtier. Ja. Ja. Ja, das ist ein Raubtier. 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 Das ist ein Raubtier. Böner, Böner! Böner, Böner! Oh, ein andet! Was? Was? 7,9 Hä? Ja, die können ja einfach rot sehen! Ist ja gar nicht überpowert. Meine Fresse! Ich liebe diesen Servers! Scheisse! 5 Minutes Ja, das wird witzig. Mensch, ich fang heute wie erst mal an und dann... Auf NTF. Ich wetter nicht. Denkst du, dass wir die D-Klasse gewinnt? Ich wette nicht. Verräter leben nicht lange. Ey. Das war gemein. Wer denkst du, dass wir gespawnt werden? Chaos oder NTF? Okay, ich hab gedacht, Chaos oder ich weiß nicht. Mir egal, ich will jetzt eigentlich spielen. Alter. Ich war UD-Klasse. Hast du gesehen, wie ich gestorben bin? Ich bin Asi-TV. Spaß. Alter, noch so lange. Vier Sekunden, zwei Minuten. Was ist dort so ein Jahr, Alter? Und 55 sterben. Na, ob ich wirklich so spannend bin? Schaut doch lieber den D-Boys zu. Warum gibt es nur noch ein MTF? Was ist passiert? Es ist auch MTF gekommen, oder? Da müssen wir nicht nur mit Träger-Affizier so schnell vertreten. Was ist da passiert? Nein. Nein. Nutzlose Infos. Der Hut schützt euch nicht vor den Hunden. Witzel spawnen sie mich noch so lange. Oh mein Gott. D-Klasse wird gewinnen. Ich war D-Klasse, aber wenn ich jetzt NTF bin, dann nein, wenn Chaos dann ja. Alter. Hast du auch keine Maschine abgeschüttet? Nee. Ich bin gerade in die Maschine gekommen, wann alle tot waren. Ich war der einzige in der Light-Containing-Zone. Ganz allein. Ich habe neben dem Gate A gekämmt. Und da habe ich gewartet, bis jemand kommt. Oh ja, wir haben Chaos. Yeah. Ja, guten Tag. Schneller. Wir zeigen jetzt hier, wer hier die Väter sind. Wir. Äh, raus, 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 rein, nicht rein. Okay, los, rein, rein, rein. Wir zeigen hier, wer hier die Väter sind. 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 Und wir zeigen hier, wer die Väter sind. Du bist immer noch ne Zeit nachher. Aber du musst auch so länger laufen. Ja. ich hab den hund lang genug abgelenkt ich habe das ganze vier minuten durch hatten wir haben gezeigt wie hier papa ist das haben wir sehr gut gezeigt wir haben sehr gut gezeigt wer hier der boss ist das war ultra krass weil wir alle gestorben sind dafür haben wir gezeigt wer hier der papa ist oh mein gott alter was ist da grad ja deglas war verloren so was was die klasse team die team ich weiß wenn man sich nicht bewegt oder auf c geht dann sieht man nicht ich habe gedacht ich habe gedacht die team zuerst aber irgendeiner der spektator sagt dem hund dass die devils hier waren sonst würde er eigentlich die ganze zeit rumgucken wir könnten eigentlich mit dem und team unter der seite nirgendwo die beiden wir müssen die schluss übernachten er und nicht mit uns geht es nicht erlaubt ja jetzt weiß ich wieder das ziemlich auf wer wenn wir als wen wir gespawnt haben ich hab die zugemacht